herzlich willkommen zu zelda 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 beim letzten mal hatten wir hier eine aufgabe erledigt bezüglich eines schreins wird auch nebenbei auch eine aufgabe war bezüglich dieser juli symbole nicht wo haben wir müssen langsam jetzt mal wieder zurückgehen weil wir haben ja hier noch jede menge sachen zu erledigen nicht so was mir gerade einfällt hier gibt es ja auch noch jede menge orte zu erkunden hier war doch noch was war genau hier müsste ja eigentlich noch was sein die minenhöhle da müsste ja eigentlich auch noch ein sayuri symbol mitunter bei sein da würde ich mir gerne mal kurz den überblick verschaffen dann muss das ja hier drin sein tatsache haben wir da ein secret übersehen ja sehr sicher nischt nee ich finde es ja interessant dass die blumen noch da sind ne ist die erze respawned da siehste ich glaube das schneide ich aber auch hin weil das macht für mich jetzt keinen sinn jetzt hier das alte ohr drinnen zu lassen nun gut gleich ist der herz haben kaputt der ist schon kaputt natürlich natürlich ist überhaupt optimal na man das mal hier mit super ja jetzt bin ich jetzt bin ich glücklich jetzt können wir weiter gehen geh mal gleich mal weg hier auf die leuteilke hat es ja kein bock ne guckt man hier irgendwie irgendwie runter ohne dass man die leute hier jetzt falten muss ich habe keine lust auf die warte ja ist so klar ja so kommen wir runter super da hätte ich jetzt gerade echt keine lust wir können hier mal auf diesen berg gehen da scheint es ja auch sehr interessant zu sein also karte ist ein bisschen merkwürdig die machen ihn wahnsinnig gerade muss ich dir jetzt ehrlich sagen oi hier da lang solange jetzt hier irgendwelche kinder äh Bäume jetzt hier wie auftauchen oder sonst was habe ich absolut keine lust so Junge alter der Blitz kommt der Blitz oh Junge scheint eine große Ruine zu sein hier wa was ist das denn hier oh 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 Mein Name ist Oktu Oh, schön ausgewiesen Hast du das gesehen? Oder habe ich blockiert? Blockiert er Da drin ist eine Höhle Ah Führt er mich zu einem Sayuri-Symbol? Tatsache Ach, lol Na denn Muss ich aber erst mal springen, ne? Haben wir denn noch Bomben? Äh Höhle am vergessenen Plateau Ach, sind wir jetzt am vergessenen Plateau? Ah Krass Ach du Scheiße Ähm Dann müssen wir das mal anders machen Äh, das brauche ich mal Das ist aber ganz schön gut sich gesichert hier, wa? Hallo? Achso, ich Ich stucke grad Drei Stunden später Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus Aber so wie es ausschaut Und der Musik nachzuurteilen Kommen wir mal so langsam rein Ja Ja, 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 ja Hilfe Wir brauchen auf jeden Fall Bomben Und hier sind nur ganz schön viele Leuchtsamen Nehmen wir mal hier die Rösschen Sonst werden wir dann mal mit Möchte ich das nicht gerade wirklich mit mir anlegen, ja? Äh Äh, nee Halt Oh Nein Oh, warte Zeit grad So, jetzt Hallo Na komm Ah, jetzt ist er nicht aufgeladen, Mann So Jetzt erstmal Ruhe im Puff Schwarzer Horrorblendhorn Müsste man jetzt eigentlich droppen 22 Stärke ist schon heftig Eigentlich Aber wie ich sehe, da sind ja noch mehr von diesen Idioten Heilige Macreel Was sind das für Steine hier? Ähm Jo Okay, hat das Vergebung Wir brauchen jetzt eher weniger Warte mal, wo sind denn unsere Materialien hier? Äh Äh Eine Hand Zum Spiel So, was haben wir denn hier? So Oh, der macht Schaden Der macht Schaden Ich getroffen Aua So Jetzt ist Ruhe Aber Das ist schon heftig, ne? Wie viel Eigentlich Ach, hier haben wir die Donnerblume Warte mal Ich höre Schöne Musik Die kenn ich Ich glaube, wir haben hier einen Schrein gefunden Ja Ich glaube, wir haben hier gerade Also ich kenne die Musik Aus Breath of the Wild Und die spielt eigentlich immer Wenn Ein Schrein in der Nähe ist Durchaus interessant Durchaus interessant Was ist denn hier eigentlich? Alter Finne Ja, dahinter ist irgendwas Ah ja Ah ja Na gut, dass wir das nochmal überprüft haben So Dann nehmen wir mal hier den Tisch Alter Schwede, ey So, wo bist du, mein Freund? Da bist du Huch Neun Neun Stück haben wir schon mal Okay Wo sind denn die Bomben? Ich brauch die Bomben Wo sind denn die? Also zwei Donnerblumen Hatte ich auf jeden Fall gehabt Oh Junge Da Das spreng mal auf da Hä? Kann ich das wirklich nur mit den Das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt Tatsache Okay Dann müssen wir die Bomben kaputt Ballern Junge, Junge Na denn Wie dem auch sei Äh, ja Alter, Alter, ey Muss man uns ja richtig durchbuddeln hier Ist ja heftig Ich glaube, so ist das Auch vom Spiel gedacht Na Warte mal Lass mal Genau Ich, ja Und so ist das auch Chukuguni Schreien Eiwandfrei Schöne Secret Hier oben ist sonst Nicht weiter Nö Aber auch gut versteckt, ne Alter Ich find's heftig Himmel Und Erde Cool Habe gar Bock drauf, wa Also jetzt wirklich For real Himmel Und Erde Das hier Über mir Sieht ein bisschen strange aus Wenn du mich fragst Hä? Okay Ist die Kette jetzt ne Vermutung Und ich glaube Die bewahrhaftet sich Weil hier oben Sind grüne Kreise Und in den grünen Kreisen Sind exakt Genau da Die Schalter Für die Murmeln Also ich nehm mal Eine Murmeln Hier Oh Das ist auch Willa Eine geniale Idee So Dann müsste ich Hier oben Innern Mit Rindonnern Dort drüben Die Den hier unten Also quasi Schmeißen wir mal Hier rin So Dann ist da oben Noch Innern Ähm Okay Okay und dann müsste ich hier noch Innen Innern kloppen Achso Ja na klar Und dann hätten wir ja eigentlich schon Vier Verballert Jetzt frage ich mich Jetzt sehe ich das gerade nicht so richtig Ne ich glaube Das wird Der hier sein Ja Ja Also Echt cool Aber Das ist noch nicht alles Vier Kreise Gut Vier grüne Kreise Gut Also wir würdet hinter dem Ding Denk Ich Mal weiter gehen Weil wir brauchen hier noch die Truhe Und ohne Truhe Geh ich hier nie raus Eins Zwei Drei Vier Huch Wir machen mal weiter Ah Siehst du Ich hab mir nämlich schon fast gedacht Nee Hier müsste sich irgendwo noch ein Schalter befinden Oder Da oben Da oben Ist ein Markanter Punkt Hier wird sich wahrscheinlich Übers Raus bewegen können Sehr schön Weil anders kann ich es mir auch nicht vorstellen Gute Idee Gute Idee Gute Idee Gute Idee Cool Und dann geht die Tür auf Schöne Ding War noch ein cooler Drehzülle Maxi Medizin Cool Wird wahrscheinlich eine Seltenheit sein So Na Nächste Teilzahl Auf ne coole Art und Weise War schon fast Einen neuen Herz Grund Jawoll Das sind wir wirklich Jetzt am vergessenen Plateau Hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt Ehrlich gesagt Nee Hier komm ich nicht hoch Schade Aber auch Ich fand das echt Gut bewacht Ne Lass uns mal hier durchsteigen Was Wo bin ich Incent ist auf mir Schiebung Machen wir mal das so Oh ne Oh ne oh ne oh ne oh ne So das können wir noch als Ach ne den Ort haben wir schon ne Oder Haben wir den Ort schon Das steht irgendwie nicht so richtig Hier drinnen Oder Was ist denn eigentlich Wenn ich den jetzt runterschiebe Jetzt Nordabgrund Am vergessenen Plateau Das tickt doch Ist das ein Krog Tatsache Wo Ach da oben Sieht so als Das werde man raus Ich nachschicken Oh man Ich hab schon wieder Bei Lidl eingekauft Da oben Okay Nimm mal nicht mal mit dir Haben wir sonst Nichts zu tun Aber das Vergesste Plateau Das würde ich mir jetzt Ja nur nochmal angucken Wo ist denn hier Der Rauchsignal Oh das ist die Mit der Dälder Zeit Na Sind wir wirklich Auf dem vergessenen Plateau Ja Alter Jetzt sind hier Die OP Gegner Am Start Kann das sein Oh Hat er mir Ein Rindjes Fiebelt 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 Fiebelt